In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie wir uneigentliche Integrale bestimmen können bzw. wie man in diesem Zusammenhang sehr einfach entscheiden kann, ob ein Flächenhalt endlich oder unendlich groß ist. Man kann normalerweise sehr leicht anhand der Aufgabenstellung erkennen, wenn es sich um uneigentliche Integrale handelt. Allerdings, um den Sachverhalt richtig zu interpretieren und den richtigen Lösungsansatz zu bilden, ist es meistens notwendig, sich das Schaubild vorzustellen. Deshalb werden wir jetzt auch hier als erstes versuchen, uns diese Flächen anhand dieses Schaubildes vorzustellen. Eine Möglichkeit wäre, dass wir uns hier an der Stelle 1 eine Grenze vorstellen und wir betrachten jetzt rechts vor der Grenze die Fläche, die diese Funktion mit der x-Achse einschließt. Ich werde sie jetzt einfach ein bisschen hier andeuten. Das ist ja diese Fläche und ich glaube, man kann es sich ganz gut vorstellen, die Fläche ist nach rechts offen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die passieren können und zwar entweder nähert sich diese Kurve so weit an der x-Achse, dass sich dieser Flächenhalt hier irgendwann mal nicht mehr ändert oder es bleibt hier ein gewisser Abstand zwischen Kurve und x-Achse und dadurch wird dieser Flächenhalt unendlich groß. Wenn wir jetzt für diesen Flächenstück, bezeichnen wir es jetzt mit A1, einen Ansatz für die Berechnung aufstellen wollen, dann müssen wir natürlich ein Integral aufstellen. Und zwar, dieser Integral fängt bei 1 an, das ist die untere Grenze. Und die obere Grenze ist unendlich oder unbekannt. Wir können es auch mit u abkürzen und dann von unserer Funktion f von x dx. Was man jetzt machen müsste, ist das Integral im Abhängigkeit von dieser obere Grenze u zu bestimmen und am Ende u gegen unendlich laufen lassen. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Fläche zu betrachten, die die Funktion links vor dieser Grenze 1 mit den Koordinatenachsen einschließt. Die werde ich jetzt auch kurz hier schraffieren. Es handelt sich um diese Fläche, die von Funktion x-Achse und y-Achse eingeschlossen wird. Und hier passiert was anderes. Wir merken, die Fläche ist in dieser Richtung nach oben offen. Und die Frage ist jetzt wieder, wie nah kommt die Funktion irgendwann mal der y-Achse? Also, ob diese Fläche wieder endlich oder unendlich groß ist. Bezeichnen wir jetzt diese Fläche mit a2. Wenn wir dafür jetzt einen Lösungsansatz aufstellen, dann ist die untere Grenze unbekannt. Also die Grenze 0 hier wird nie erreicht. Also die untere Grenze ist unbekannt. Deshalb bezeichnen wir es wieder mit u. Und die obere Grenze ist bekannt als 1. f von x dx. Und nachdem man hier das Integral löst, müsste man die untere Grenze natürlich gegen 0 laufen lassen. Also 0 ist jetzt sozusagen die böse Grenze. Schlussfolgernd können wir dann sagen, bei der rechten Fläche lassen wir die Grenze u am Ende gegen unendlich laufen. Und bei der linken Fläche lassen wir die Grenze u am Ende gegen 0 laufen. Natürlich kann man auch gegen andere Zahlen die Grenze laufen lassen oder die Funktion kann auch an anderer Stelle offen sein oder auch gegen minus unendlich. Und spätestens jetzt habt ihr erkannt, dass es bei dieser Aufgabe nicht unbedingt nur darum geht, ein Integral zu lösen, sondern auch das Verhalten gegen plus, minus unendlich oder andere Grenzen richtig zu interpretieren. Und deshalb, bevor wir zu unseren ersten Beispielaufgaben gehen, schauen wir uns noch nützliche Grenzwerte, die uns bei der Auswertung dieser Aufgaben sehr hilfreich sein werden. Als erstes versuchen wir uns vorzustellen, wie wir eine Zahl, die ich hier mit a gekennzeichnet habe, durch eine unendlich große Zahl teilen können. Naja, ihr könnt euch abstrakt auch so vorstellen, ich teile halt 1 durch eine sehr, sehr große Zahl. Nehmen wir hier an der Stelle einfach mal ein paar Millionen. Und ich glaube, ihr könnt euch auch das gut vorstellen, wenn ihr das in den Taschenrechner eintippt, dann kriegt ihr 0,0000 und irgendwann kommt auch eine 1 hinten raus. Also ihr kriegt eine sehr kleine Zahl, die sich 0 nähert. Also schlussfolgern können wir sagen, wenn wir irgendwas Kleines durch unendlich teilen, kommt immer 0 raus. Und genauso gilt auch noch näherungsweise. Wenn man jetzt irgendeine Zahl durch 0 teilt, mit dieser 0 meine ich keine echte 0, sondern einfach nur eine sehr, sehr kleine Zahl, die sich 0 nähert, dann wird genau das Gegenteil wie oben passieren, und zwar es wird ein sehr großes Ergebnis rauskommen. Also das bedeutet, das läuft gegen unendlich. Kurz gesagt, irgendwas geteilt durch 0 ist unendlich. Für diejenigen von euch, die jetzt im Unterricht schon die natürliche Exponentialfunktion behandelt haben, oder die sogenannte e-Funktion, will ich noch zwei wichtige Hinweise geben. Wir versuchen auch hier anhand des Schaubildes der e-Funktion das Verhalten gegen plus und minus unendlich abzulesen. Also, zur Erinnerung, wenn man hier x gegen unendlich laufen lässt, dann merkt man sehr einfach hier an dieser Stelle, die e-Funktion zieht ebenfalls nach oben, also auch gegen plus unendlich. Deshalb kann man das Ganze auch vereinfacht sagen, dass e hoch unendlich unendlich ist. Auf der linken Seite, wenn x gegen minus unendlich läuft, ist das Ganze ein bisschen interessanter, und zwar die e-Funktion nähert sich gegen die x-Achse. Kurz gesagt, sie nähert sich gegen 0. Deshalb können wir auch hier vereinfacht sagen, dass e hoch minus unendlich 0 ist. Und wir werden gleich sehen, diese vier besonderen Grenzwerte werden uns sehr stark helfen, wenn es um die Auswertung der Integrale am Ende geht. Wir sind jetzt bei unserer ersten Beispielaufgabe. Da sollen wir untersuchen, ob die schraffierte Fläche rechts einen ähnlichen Inhalt hat, und gegebenenfalls diesen Flächeninhalt angeben. Also, wenn wir die Fläche jetzt betrachten, Ich glaube, ganz gut zu erkennen, die untere Grenze ist bei 1. Ich verdeutliche es hier noch ein bisschen. Und nach rechts ist die Fläche offen. Also lassen wir das Ganze jetzt hier gegen unendlich laufen lassen. Wir brauchen einen Ansatz, und der würde dann entsprechend lauten, Integral von 1 bis unendlich, dafür nehme ich wieder ein u von unbekannten Grenzen, von unserer Funktion f von x dx ist gleich. So, um das Ganze zu lösen, brauchen wir zur Erinnerung nur den Hauptsatz der Integralrechnung, und dafür brauchen wir natürlich eine Stammfunktion. Bei dieser Funktion ist es empfehlenswert, und das mache ich auch hier oben, sie erstmal umzuformen. Also, ich ziehe jetzt diese Klammer nach oben, x plus 1, und dadurch ändert sich bei dem Exponenten oder bei der Hochzahl das Vorzeichen, minus 2, und die 1 ist immer noch hier vorne, unsichtbar. Und diese Funktion leiten wir jetzt auf. Ich werde es auch hier an der Seite machen. Also, große von x, die Stammfunktion ist dann, die neue Hochzahl ist natürlich hoch minus 1, also ich kann die Klammer erstmal abschreiben, mit hoch minus 1, und die kommt in Kehrwert nach vorne, der Kehrwert von minus 1 ist aber wieder minus 1. Und wenn wir diese Funktion noch sauber schreiben, das ist bitter notwendig, sonst wird es sehr schwer sein, sie auszuwerten am Ende, dann ziehen wir wieder diese Klammer unter den Bruchstrich, dann haben wir wieder eine Klammer mit hoch 1, und deshalb können wir auch die Klammer weglassen. Entsprechend wäre das jetzt unsere Stammfunktion, und wir können hier die Rechnung an dieser Stelle mit Hilfe des Hauptsatzes weiterführen. Also, nach diesem Hauptsatz wird erstmal die Stammfunktion in eckigen Klammern geschrieben. Also, wir haben dann hier minus 1 durch x plus 1, Klammer zu, und die Grenzen hier rechts an dieser Klammer, 1 und u. Und als erstes werden wir jetzt die obere Grenze einsetzen, minus 1 durch u plus 1, minus, Klammer auf, minus 1, und jetzt setzen wir die untere Grenze ein, 1 plus 1. Und das Ganze kann man noch minimal zusammenfassen, den vorderen Term, den schreiben wir einfach nur ab, da kann man im Moment nichts machen. Und bei dem hinteren Term, 1 durch 2, 1,5 haben wir hinten, minus, minus sage ich wieder plus, also plus 1,5. Also haben wir jetzt einen Flächenhalt im Abhängigkeit von u, den können wir auch bezeichnen mit a von u, hier an dieser Stelle. Und jetzt geht es nur um die Auswertung, beziehungsweise um die Entscheidung, ob diese Fläche jetzt endlich oder unendlich ist. Dafür lassen wir dieses u gegen unendlich laufen. Es gibt mehrere Schreibweise, ich bevorzuge die hier mit Limes, also Limes u gegen unendlich von a von u ist gleich. Alternativ kann man es auch mit Pfeilen hinschreiben, u gegen unendlich a von u läuft gegen irgendwas und so weiter. Beide sind erlaubt. Und an dieser Stelle geht es nur darum, für u sich gedanklich unendlich einzusetzen und zu entscheiden, wie das Ganze sich verhält. Also wenn ich hier für u unendlich einsetze, dann habe ich u plus 1 ist natürlich unendlich. Und irgendwas geteilt durch unendlich, das war einer dieser Grenzwertsätze, was wir vorher angeschaut haben, läuft natürlich gegen 0. Und das bedeutet, dieser ganze erste TM hier läuft gegen 0 und 0 plus 1 halb sind 1 halb. Also es handelt sich um einen endlichen Flächenhalt und der beträgt eine halbe Flächeneinheit. In unserer zweiten Beispielaufgabe haben wir wieder so eine kleine hässliche Funktion, die rechts abgebildet ist. Und diesmal ist die Fläche hier, die wir betrachten, nach links offen. Also wir wissen nicht mit Gewissheit, ob die Funktion sich jetzt der y-Achse sehr stark nähert oder doch ein gewisser Abstand hier übrig bleibt. Und das wollen wir genau untersuchen. Also dafür bilden wir wieder einen Ansatz. Und zwar Integral, jetzt linke Grenze unbekannt, bis 1 von f von x dx ist gleich. Um das zu lösen, brauchen wir wieder eine Stammfunktion. Wir formen erneut zuerst diese Funktion hier um. n2 x hoch minus 2. Entsprechend wird dann die Stammfunktion x hoch minus 1 sein. Die neue Hochzahl kommt im Kehrwert nach vorne. Dann haben wir minus 1 mal 2 sind minus 2. Und das Ganze können wir natürlich auch wieder schön schreiben, als minus 2 durch x hoch 1 oder durch x. Das bedeutet, an dieser Stelle wende ich jetzt wieder unser Hauptsatz an. Und zwar minus 2 durch x ist unsere Stammfunktion in eckigen Klammern. Untere Grenze u, obere Grenze 1. Dann setzen wir zuerst die obere Grenze ein und haben minus 2 durch 1, minus, und dann, Klammer auf, die untere Grenze eingesetzt, minus 2 durch u. Das Ganze kann man auch noch zusammenfassen. Minus 2 durch 1 ist natürlich minus 2. Und dann minus minus ist plus 2 durch u. Und das ist dann unsere Fläche a von u. In diesem Fall lassen wir jetzt u gegen 0 laufen. Und das bedeutet, a von u läuft dann. Also wenn wir uns hier vorstellen, für u wird eine 0 eingesetzt oder eine sehr kleine Zahl. Das würde, wir teilen die 2 durch eine sehr kleine Zahl. Das war auch einer unserer Grenzwertsätze von vorher. Das läuft alles gegen unendlich. Und minus 2 plus unendlich ist natürlich unendlich. Deshalb ist auch unser Flächenhalt hier unendlich groß. Also es handelt sich in diesem Fall nicht um einen endlichen Flächenhalt. Für unsere letzte Beispielaufgabe habe ich eine E-Funktion ausgewählt. Also gegeben ist die Funktion f mit 2e hoch x und ersuche, ob die Fläche zwischen den Graphen von f und der Koordinatenachsen einen endlichen Inhalt hat. Natürlich wäre es sehr hilfreich, wenn wir uns diese Funktion vorstellen könnten. Das ist ein Luxus, was natürlich nicht immer vorhanden ist, so wie bei den Beispielen davor. Deshalb versuchen wir uns, diese Funktion kurz vorzustellen. Also es ist eine positive E-Funktion. Das ist gar nicht mal so schwer, sich das Ganze vorzustellen. Die verläuft grob ungefähr so. Das bedeutet, die Fläche, die diese Funktion mit der Koordinatenachsen einschließt, befindet sich hier auf der linken Seite. Kurz gesagt, nach oben ist die Fläche begrenzt durch 0, durch die Y-Achse. Und nach links ist sie offen gegen minusunendlich. Also, unser Ansatz würde dann entsprechend lauten, Integral von u bis 0, f von x dx ist gleich. Natürlich brauchen wir mal wieder eine Stammfunktion. Deshalb schreibe ich die f von x-Funktion hier an der Seite. Und die Stammfunktion, naja, das ist die schwerste auf der Welt. Die E-Funktion bleibt gleich. Der Grund dafür ist ganz einfach. Die Nahableitung ist 1, im Kehrwert ist wieder 1. Also, dann haben wir hier kein Problem an dieser Stelle. Wir schreiben sie einfach mal hier rein. Und das Ganze von u bis 0. und setzen zuerst die obere Grenze ein. Dann haben wir 2e hoch 0 minus 2e hoch u. Und zusammenfassend geht das nur noch minimal. e hoch 0 ist 1. Deshalb kann ich hier auch sagen, 2 minus 2e hoch u. Das ist unser Flächeninhalt, a von u. Und diesmal lassen wir u gegen minusnendlich laufen. also Limes u gegen minusnendlich von a von u ist gleich. Also, wenn wir jetzt für u minusnendlich einsetzen, das ist auch einer der Grenzwertsätze von vorher, läuft das Ganze hier gegen 0. Also, e hoch minusnendlich ist 0. Das bedeutet, der ganze Term hier hinten wird 0. Und 2 minus 0 ist 2. Also, wir haben mal wieder einen endlichen Flächeninhalt von 2 Flächeneinheiten. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ihr habt wahrscheinlich im Laufe der Aufgabenstellung selbst vermerkt, welche Grundlagen man braucht, um so eine Aufgabe zu bewältigen. In erster Reihe dieser Hauptsatz der Integralrechnung, dann natürlich auch Flächenberechnung mit Hilfe der Integrale, sowie die Stammfunktionsbildung. Ganz wichtig, ohne die läuft gar nichts. Und noch als Hinweis für Studenten. Wie kann man den Schwierigkeitsgrad bei solchen Aufgaben anheben? Naja, ganz einfach. Man nutzt höhere Stammfunktionsbildungsregeln, wie Substitution, Partielle Integration oder Partialbruchzeregen. Wenn Bedarf, Tutorials zu all diesen Themen findet ihr gleich im Abspann. Wir sehen uns auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.